Und immer wenn ich sage, Fitness ist wichtig, meine ich damit nicht nur Gym-Fitness, nur weil ich das mache, sondern alle Arten von Fitness. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute geht es wieder um das Thema Fitness. Nicht wundern, ich habe eine andere Kamera, meine Handy-Kamera, weil die Kamera, mit der ich die letzten 9 Videos aufgenaue, die gehörte meinem Kollegen, der hätte ich mir noch ausgeliehen. Deswegen ist die Qualität jetzt ziemlich beschissen. Ich hätte noch eine Canon Lake, mit der habe ich eben schon das Video zweimal aufgenommen, aber das ist einfach keine Kamera, um sich da vorzusetzen. Deswegen jetzt heute mal mit dem Handy ausnahmsweise. Ja, Thema Fitness, worum soll es überhaupt gehen? Was bedeutet Fitness? Fitness, verstehen viele Leute darunter, dass man ins Gym geht, Gewichte stemmt, am Pumpen ist und das war es dann. Erstens möchte ich dazu sagen, dass dieses Fitness im Fitnessstudio noch viel, viel mehr ist, als einfach nur 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Woche ins Gym zu gehen und für 30, 60, 120 Minuten die Gewichte zu stemmen. Nein, das ist noch eine Menge mehr. Das ist eine Ernährung, das sind äußere Einflüsse, die da auf jeden Fall viel mit einwirken. Aber erstmal möchte ich dazu sagen, wenn ich sage, es ist wichtig Fitness zu machen, dann mache ich damit nicht, dass es wichtig ist, dass jeder ins Gym gehen sollte, jeder sollte Kreuz heben, Bank drücken, Schulterpresse, was auch immer machen. Nein, das ist noch viel mehr. Beziehungsweise ist es noch viel, viel, viel vielfältiger. Fitness beschreibt im Allgemeinen eine gute körperliche Verfassung und die erhält man nicht nur, wenn man Gewichte stemmt, nein, die erhält man auch bei anderen Sportarten wie Tischtennis, Kickboxen, Fußball, Handball, whatever. Es gibt da draußen hunderttausende Sportarten, die man machen kann und immer wenn ich sage, Fitness ist wichtig, meine ich damit nicht nur Gym Fitness, nur weil ich das mache, sondern alle Arten von Fitness. Das heißt, seid ihr jetzt jemand, ihr seid schnell gelangweilt im Gym, es macht euch einfach keinen Spaß, alleine mit Musik im Ohr Gewichte zu stemmen, macht es einfach keinen Spaß, dann ist es auch vielleicht nicht das Richtige für euch. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr euch körperlich beansprucht, beziehungsweise körperlich aktiv seid. Und wie gesagt, da gibt es ja noch tausend verschiedene weitere Arten, deswegen ist mein Appell an euch, auch wenn ihr kein Fan vom Fitness seid, von wegen ins Gym gehen und Gewichte stemmen, sucht euch trotzdem etwas, worauf ihr Bock habt. Man kann natürlich die jeweiligen Sachen immer noch weiter optimieren, das heißt klar, man kann Teamsport machen, man kann Pech haben, dass man mit den Leuten nicht klarkommt, man kann ins Fitnessstudio gehen, man kann sagen, ja ich will nicht alleine trainieren. Ihr könnt euch aber auch Gym Partner suchen oder Freunde von euch, die ihr einfach mit dazu animiert, aber wichtig ist, dass ihr etwas macht, was euch Spaß macht. Kleines Beispiel bei mir, ich habe bestimmt schon 6-7 Leute ins Gym geholt, einfach weil die motiviert waren durch mich, weil die auch ins Fitnessstudio gehen wollten, weil die auch ein bisschen einen besseren Körper haben wollten, aber es hat ihnen einfach keinen Spaß gemacht. Und die haben auch nicht alle mit mir trainiert, einige haben auch extern oder in anderen Fitnessstudios trainiert, ich habe die quasi motiviert, aber ins Training geht man im Endeffekt ja meistens selber und alleine. Und die hatten keinen Spaß daran. Klar, es ist cool, Erfolge zu sehen, aber wenn es dir keinen Spaß macht, siehst du auch nicht wirklich die Erfolge, weil du einfach viel zu dem motiviert bist. Das heißt, sucht euch was, worauf ihr Bock habt, weil auch im Bereich Handball kann man beispielsweise seinen Körper auf ein ganz anderes Level bringen. Und das Wichtige ist, dass man seinen Körper überhaupt fordert. Ich empfehle auf jeden Fall, gerade in jungen Jahren Teamsport zu machen. Also Sport ist meiner Meinung nach immer wichtig. Das heißt, egal ob man 9 ist, ob man 12 ist, 14, 16, 18, 30, 35, 60. Okay, 60 ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber egal wie alt man ist, man sollte sich definitiv meiner Meinung nach sportlich fordern. Ich mache mal kurz das Licht ein bisschen anders. Man sollte sich sportlich auf jeden Fall fordern und man sollte auf jeden Fall einen Sport ausüben. Das heißt, als junger Typ oder als junges Mädchen, so ich würde mit 12 jetzt nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Erstens ist es verboten theoretisch. Und zweitens, und da spreche ich aus einer Perspektive, es gibt tausende Arten. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht genau, was jetzt richtig ist, weil es gibt so viele Meinungen von Ärzten und Fachidioten. Die einen sagen, es ist gut, in jungen Jahren zu trainieren. Die anderen sagen, es ist schlecht, weil die Knochen noch gar nicht ausgewachsen sind. Ich bin jetzt 21, meine Knochen sind auch noch nicht auf dem höchsten Level. Meiner Meinung nach sollte man frühestens mit 15 ins Fitnessstudio gehen. Einfach, weil man dann wenigstens ein bisschen, der Körper sich schon ein bisschen entwickelt hat. Und wenn man jetzt 12 ist oder 13, da ist der Körper in einer so großen Entwicklungsphase. Wir haben ja alle sieben Jahre einen riesen Entwicklungsschub. Das heißt, mit 7, mit 14 und mit 21. Das heißt, mit 14 würde ich halt nicht ins Schwim gehen, sondern so ab 15 langsam. Ich selber bin erst mit 17 gegangen, aber das kam dadurch, weil ich bin halt selber auf den Trichter gekommen. Ich habe mir das niemand gesagt. Ich hatte keinen großen Bruder oder so, der zu mir gesagt hat, ey komm mal mit oder geh auch mal ins Gym. Deswegen kam ich auch erst zu spät zu dem Sport. Ich habe halt bis dahin immer Teamsports gemacht. Ich habe tausende Sachen gemacht. Ich habe auch Karate gemacht, ich habe Handball gemacht, ich habe Fußball dreimal angefangen. Das heißt, ich habe mich ein bisschen rumprobiert und das kann ich halt auch empfehlen. Einfach ein bisschen rumprobieren, ein bisschen gucken, was einem Spaß macht, was einem liegt. Und da bleibt man auch dran, weil das, was einem Spaß macht, da bleibt man auch dran. Und was einem keinen Spaß macht, da sieht man keine Erfolge bei sich selber. Und dann bleibt man auch nicht dran und dann bringt es halt auch nichts. Deswegen mein Appell an euch, sucht euch etwas, worauf ihr Work habt. Zieht das ein paar Wochen durch und dann werdet ihr Erfolge merken. Und ihr könnt euer Umfeld mit einbeziehen. Das heißt, ihr könnt ja auch mit Freunden, Bekannten, whatever trainieren. Das macht das Ganze noch ein bisschen lustiger. Im Fitnessstudio ist es nicht unbedingt zu empfehlen, mit vier Leuten hinzugehen. Und alle warten immer auf eine Übung und die anderen labern. Das ist zwar ganz lustig, aber erstens fackt es die anderen Leute im Gym ab. Und zweitens führt es nicht zu den Erfolgen, die ihr haben wollt. Deswegen macht euch erstmal ein Bild darüber, was ihr erreichen wollt. Wer ihr werden wollt, wer ihr seid, wer ihr sein wollt. Und dann kann man demnach da seine Ziele nachrichten, beziehungsweise da dann sein Training ansetzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst du eine Bewertung da. Falls nicht, dann nicht. Oder eine negative. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Schau, Leute. Euer Robin, Handykanal.